Spaniens Weltmeister-Trainer Jorge Wilder findet bei der Frauen-Nati Marokkos einen neuen Job. Seinen alten verlor er im Zuge des Kussskandals. Der frühere Trainer der spanischen Weltmeisterinnen, Jorge Wilder, wird nach seiner Entlassung im Zuge des Kussskandals neuer Trainer des Frauen-Nationalteams Marokkos. Der Vertrag habe zunächst eine Laufzeit bis 2027, schrieb die spanische Zeitung Mundo Deportivo. Wichtigste Aufgabe des 42-Jährigen sei es, die Mannschaft des nordafrikanischen Landes für die Weltmeisterschaft 2027 zu qualifizieren, schrieb die Zeitung. Wilder war trotz des WM-Triumphs am 5. September vom spanischen Fußballverband RFEF entlassen worden, obwohl sein Vertrag noch bis 2024 lief. Er hatte für große Empörung gesorgt, als er wie andere Fußballfunktionäre dem inzwischen vom Weltverband FIFA suspendierten und zurückgetretenen Verbandsboss Louis Rubiales Ende August auf einer Pfeff-Versammlung nach dessen Verteidigungsrede Beifall spendete. Untertitelung des WM-Triumphs im Auftrag des WM-Triumphs im Auftrag des WM-Triumphs.